Was geht ab Leute? Wir haben heute den Auftrag bekommen, eine riesen Bank zu bauen und unendlich viel Geld zu drucken. Ja, wir sind hier nämlich in einem Banktycoon. Jetzt können wir hier erstmal den ganz normalen Boden bauen, Freunde. Und dann seht ihr schon, die Wendekosten einfach mal 40.000 Dollar. Wir haben natürlich jetzt gerade 0 Dollar und müssen jetzt hier erstmal unsere Geldmaschine hier erstmal kaufen, beziehungsweise die ist halt jetzt hier gratis. Und dann müssen wir leider hier bei der Geldmaschine erstmal einzeln draufdrücken, dass da so Geld rauskommt. Und ihr seht ja schon, dann kommen so diese ganzen Dollarscheine und je öfter wir da quasi draufdrücken, desto mehr Geld kommt da raus. Also ich glaube, es hat irgendwie so einen Mechanismus, dass da jetzt unser Geld so gedruckt wird. Und ihr hört es ja sogar schon, hier ist diese Gelddruckmaschine und je mehr Geld jetzt quasi hier in dieses Feld reinfließt, desto mehr Geld bekommen wir natürlich hier an diesem Automaten, Leute. Und jetzt haben wir hier schon mal ungefähr so 2.000 Dollar und hier brauchen wir auf jeden Fall ein Research Center. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber wir werden auf jeden Fall mal hier jetzt mal ein bisschen draufdrücken und so viel Geld, wie es nur geht, irgendwie zu drucken, Freunde. Also ich bin hier schon richtig am rumklicken und ihr seht ja schon, das ganze Fließband ist jetzt hier voller Geld. Das sind alles 100 Euro Scheine, beziehungsweise 100 Dollar Scheine. Und Leute, wenn ihr mehr von solchen Takuts sehen wollt, dann lasst jetzt auf jeden Fall mal einen Like und einen kostenlosen Abo da. Ich lade nämlich täglich Roblox-Folgen hier hoch, deswegen abonniere diesen Kanal für mehr Roblox-Folgen, Freunde. So, jetzt hier wieder ein bisschen draufdrücken. So, und dann haben wir auch schon genug Geld, um das Research Center hier zu bauen. Mal gucken, Freunde. So, jetzt haben wir hier, ich weiß gar nicht, wie viel Geld haben wir jetzt gerade. So, okay, wir haben jetzt noch 300 Dollar und hier ist das Research Center. So, haben wir schon mal unseren Laptop, unseren PC, so ein bisschen unsere Monitore, unsere Tastatur und so. Und hier können wir dann anscheinend auch so eine Silbermine, eine Platinummine und eine Goldmine kaufen. Hier dann auch nochmal so ein paar Arbeiter, die wir noch einstellen können. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen in die Infrastruktur investieren. Das ist auch immer das Beste, was man machen sollte. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir gerade die ganze Zeit selber drücken müssen, drücken müssen für dieses ganze Geld. Das ist halt irgendwie nicht so super. Ich weiß auch nicht, wofür das Telefon jetzt hier gerade gut ist, Leute. Das Telefon, ich mach mal hier 1, 2, 3 und jetzt anrufen. Kann ich jetzt hier irgendwen anrufen oder so? Geht da auch irgendwer ran? Hallo? Geht da irgendwer ran? Ne, ich glaub, da geht keiner ran, Leute. So, aber ich würd mal sagen, ihr kennt mich ja. Ich wär nicht Robrox, wenn ich jetzt nicht hier Robux investieren würde. Deswegen lasst mal in den Store gehen und lasst uns mal erstmal hier 500.000 Dollar kaufen für 125 Robux, Freunde. Lass uns das jetzt mal machen. Wir wollen nämlich ein bisschen so eine kleine Finanzspritze uns holen, weil ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit selber den Knopf drücken. So, jetzt lasst uns mal ganz kurz schauen. Ich nehme mal das Geld hier mit. So, wir haben jetzt hier nämlich einmal eine Silbermine, die wir kaufen können. Dann eine Platinum-Mine. Was können wir denn hier nämlich kaufen? Und dann auch nochmal hier eine Goldmine. So, Leute. Und indem wir das jetzt hier machen, können wir jetzt hier nämlich einmal, zack, hier die Silbermine. Das wird jetzt auch von alleine rein droppen. Dann noch die Platinum und dann noch einmal die Goldmine. Und ihr seht ja schon, die ganzen Blöcke, die kommen hier rein. Das ist Silber. Dann haben wir hier das Platinum. Dann haben wir hier noch einmal Gold. Und Leute, das wird uns auf jeden Fall jetzt schon mal, ihr seht ja schon, viel, viel mehr Geld bringen. Also das war schon mal eine sehr, sehr gute Investition. Dann müssen wir auch nicht immer den Knopf drücken. So, wir haben jetzt auch hier noch die Möglichkeit, uns noch einmal ein paar Arbeiter zu holen. Die jetzt wahrscheinlich dann selber den Knopf drücken. Guck mal, er wird jetzt hier nämlich unser Gelddrucktyp. Hier, guck mal, wie viel Geld er jetzt einfach hier drückt. Die ganze Zeit. Machst du sehr gut, Bob. Bob, ich bin stolz auf dich. So, und dann lass uns mal ganz kurz schauen, was wir noch hier drin so haben. Wir haben nämlich einmal die Möglichkeit, ein Dach hier zu bauen. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen in die Sicherheit zu investieren. Da können wir nämlich noch einen Security-Raum bauen für 75.000 Dollar. Und hier können wir noch zum Beispiel, äh, ja, Alarm-Sachen bauen. Dann, äh, noch ein paar andere Sachen. Und nochmal hier auch nochmal so ein Dach. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier mal so ein bisschen ins Finance. Wir investieren jetzt hier ins Finance. Aber da haben wir gerade gar nicht mehr genug Geld dafür. Äh, das ist ja ein bisschen schade. Lass uns hier nochmal ein bisschen Geld nehmen, so. Und jetzt nochmal hier in Finance investieren für 200.000. Oder jetzt habe ich, nee, ich habe gerade für was, nee, ich habe gerade irgendwas anderes investiert, Leute. Dass ich so quasi aus, äh, an der Bank rum bauen kann. Ich kann jetzt hier nämlich, ihr seht es schon, Leute, außen ein bisschen was machen. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Gehweg, denn eine Straße. Und das kostet 200.000, 300.000. Also ganz schön viel Geld. Aber lass uns erstmal hier ein paar Wände kaufen. Das ist immer ganz gut. Und dann nochmal hier so einen schönen Teppich, Leute, damit das alles ein bisschen besser aussieht. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal einen Tisch für 150.000 Dollar, was? Oder natürlich nochmal die Wand ganz komplett machen. Hier ist dann die Wand auf jeden Fall komplett auf der Seite. Und man könnte es natürlich auf den anderen Seiten genauso machen. Hier ist auch auf jeden Fall Bob, der jetzt hier bei uns ein bisschen arbeitet. Und das Geld, Leute, das kommt natürlich ganz gut rein, ne? Hier nochmal ein paar Wände bauen. Oh, warte, wir haben gar nicht mehr 20.000 Dollar. Deswegen lass uns hier kurz, zack, Wände bauen, Leute. So. Und dann ist Bob auf jeden Fall in Sicherheit. Also falls es regnen soll, natürlich dann nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen abgeschattet. Und dann, Leute, können wir jetzt hier wieder ein bisschen mehr Geld nehmen. Und dann mal gucken, in was wir das noch hier investieren können. Wir können nämlich noch einmal in so Bankautomaten investieren. Und wenn wir halt Bankautomaten haben, ich gucke mal ganz kurz, wo wir jetzt dafür hingehen können. Wenn wir jetzt irgendwo Bankautomaten hinstellen. Ja, wir können nämlich, glaube ich, hier einen Bankautomaten hinstellen für 50.000 Dollar. So, dann haben wir jetzt hier einen Bankautomaten. Dann können wir, glaube ich, den Geld abheben oder so. Ich weiß gar nicht. Und dann können auf jeden Fall die Leute auf jeden Fall ein bisschen was machen. So. Wir können natürlich auch vorne hier so ein bisschen was ändern. Ja, okay. Aber, das ist mir noch nicht genug. Wir müssen natürlich jetzt hier noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Weil so ist das ein bisschen zu wenig, ne? Ja, so wird unsere Bank auf jeden Fall nicht komplett viel Geld einnehmen. Immer nur so ein paar hunderttausend ist jetzt nicht besonders viel Geld. Lassen wir mal hier kurz das Dach hier bauen. So. Und dann nochmal ein bisschen wieder in die Infrastruktur. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns dann am besten hier dann dieses Finance, das Finance-Paket. Das ist ja so ein bisschen in Finanzen investieren. Weil dann kriegen wir dadurch auf jeden Fall viel, viel mehr Geld. Aber ich muss dafür ein bisschen mehr Geld einnehmen. Leute, ich kann auch, glaube ich, gar nicht, kann ich irgendwie sehen, wie viel Geld ich gerade habe? Ich weiß es gar nicht, ne? Kann man gar nicht so wirklich sehen. Doch. Ich habe gerade, wo ist mein Geld, Leute? Ich habe gerade 197.000 Dollar. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt hier das Geld und investieren jetzt hier das in Finanzen. So. Und ich glaube, hier können wir dann, genau, da können wir so ein Income Summary erstellen dann. Also so ein, so unser Grundeinkommen irgendwie. Und ich glaube, warte mal, hier vorne haben wir noch ein paar andere Sachen. Also wir können jetzt hier nochmal so einen Tisch hinbauen. Dann nochmal so ein Dach. Und nochmal so ein ATM für 100.000. Aber Leute, es dauert mir auf jeden Fall alles wieder hier viel zu lange. Dann lasst uns aber hier wieder so eine kleine Finanzspritze uns gönnen für eine Million. Oder sagen wir mal 2,5 Millionen, Leute. Für 2,5 Millionen. Für 290 Robux ist auf jeden Fall wieder ein bisschen was investiert. Aber Leute, ihr wisst ja, ich mache das immer gerne. Und dann können wir auf jeden Fall hier schon mal einen zweiten Automaten kaufen. Einen dritten auch schon, einen vierten auch schon und einen fünften direkt auch schon. So, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal fünf Automaten. Und dann lasst uns mal hier wieder ein bisschen, sagen wir wie viel Geld, wir haben jetzt gerade noch 1,8 Millionen. Lass uns doch mal hier ein bisschen wieder in die Infrastruktur investieren. Wir können jetzt hier nämlich einmal das Income Summary. Da sieht man schon, wie viel Geld wir jetzt gerade bekommen. Die Automaten bringen uns anscheinend richtig viel Geld pro Sekunde. Guck mal, wie das Geld jetzt hier hoch sprießt, Leute. Alter Schwede, die bringen auf jeden Fall richtig, richtig viel Geld. Wir kriegen jetzt nämlich gerade 6.000 Dollar pro Sekunde. Das ist jetzt unsere Grundübersicht, die wir jetzt hier haben. Dann können wir jetzt aber auf jeden Fall auch hier ein bisschen in die Sicherheit investieren. Deswegen, wir können hier nämlich einmal so eine Tür hinbauen. Dann noch einmal so ein paar Fallen. Dann noch hier Laser. Und noch ein paar Alarme. Das heißt, wenn wir jetzt hier draufdrücken, Leute. Haben wir jetzt hier irgendwo einen Alarm oder so gebaut. Oder Laser aktivieren. Und dann auch auf jeden Fall noch ein paar Fallen aktivieren. Und jetzt, Leute, sind hier anscheinend überall... Achso, hier, hier. Da können wir jetzt so einen Alarm hier für installieren. Das heißt, wenn hier irgendwer kommen möchte, dann ist es auf jeden Fall ein lautes Gebümmel. Hier können wir dann so eine Tür einbauen. Dass wir dann sagen können, okay, nee, ist zu. Also hier ist dann quasi so ein Laser. Das heißt, wenn der hier reinkommt, wird auf jeden Fall richtig Alarm geschlagen. Und dann können wir hier natürlich auch ein bisschen Alarm. Dann nochmal eine Tür hier hinbauen, Leute. So eine Riesentür, wo jetzt unsere ganzen Sachen geprintet werden. Und wir können uns hier auch noch einen Geldtisch kaufen, Leute. Wir können hier einen Geldtisch kaufen für eine Million. Oder ein Investmentscreen für 8 Millionen. Scheiben mir auf jeden Fall schon mal ganz schön viel Geld zu sein. Lass uns doch mal hier lieber erstmal ein bisschen so ein Dach hier kaufen. Dann nochmal hier ein paar Wände kaufen. Weil ich möchte ein bisschen wieder in die Infrastruktur investieren. Wir haben jetzt nämlich gerade nur noch 1.000 Dollar. Und das ist nicht wirklich viel Geld. Das Gute ist aber, dass wir jetzt viel Geld in unserer Geldmaschine haben, Leute. Und in dieser Geldmaschine, die wird uns dann ganz, ganz viel Geld hier bringen. Hier, 725.000 Dollar. So, sehr gut. Und das wird jetzt hier erstmal kurz ein bisschen in die Wände und so investiert. Oder hier vielleicht auch mal einen Tisch. Ich glaube, der Tisch ist auch sehr wichtig. So, 150.000 Dollar für einen Tisch. Und ihr seht ja schon, ja. Wir können jetzt hier ein paar Arbeiter einstellen. Hier, zack. 100.000, 100.000 und 100.000. So. Jetzt haben wir ein paar Arbeiter. Und die werden jetzt natürlich auch für uns ein bisschen Arbeit übernehmen. Hier können wir auch nochmal ein Fensterlech hinzufügen. Guck mal hier. Guck mal aufs Fragezeichen drücken. Dann sagen die, ach, wie kann ich dir jetzt empfehlen? Ich sage mal, ich möchte jetzt hier einmal einen Account eröffnen. So. Und dann sagt er, okay. Wir haben anscheinend schon einen Account. Weil wir natürlich hier der Bankbesitzer sind, Freunde. Logischerweise. So. Aber. Wir können jetzt auch nochmal kurz die Wände ein bisschen höher machen. So. Ihr seht ja schon. Die Wände sind jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und hier können wir jetzt auch nochmal ein paar Wände hinbauen. So. Für 90.000 Dollar. Alles klar. Sehr, sehr gut. Das sieht man auch schon. Hier darf nur Personal rein. Und. Dann lasst uns nochmal hier. Was können wir denn hier noch bauen, Leute? Warte mal. Wir können hier noch ein paar Sachen bauen. Ich glaube, es ist infrastrukturmäßig. Ähm. Ne. Einfach nur ein Alarm. Ah, okay. Wir können hier also ein Alarm hinbauen. Dann lasst uns doch mal ganz kurz wieder unser Geld holen. Mal gucken, wie viel das jetzt schon geworden ist. Ich guck mal. Jetzt haben wir hier schon wieder 600.000 Dollar. Und dann lasst uns mal hier so ein Alarm hinbauen. So. Alarm. Ein paar Laser. Dann nochmal hier ein Alarm hin. Und jetzt haben wir noch 300.000 Dollar. Und hier werden wir jetzt nochmal ein bisschen Geld hier drin investieren. Und zwar können wir hier. Zack. So ein, äh, dass hier keiner rein kann. Und dann auch nochmal hier einen Alarm hinbauen. Dass wir hier sehr, sehr gesichert sind. So, Bob macht auf jeden Fall seine Arbeit sehr, sehr gut, Leute. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und dann lasst uns mal ganz kurz gucken, was wir hier noch so kaufen können. Wir können jetzt hier natürlich gerade den Tisch kaufen. Oder hier nochmal ein Dach kaufen. Oder wir können hier auch, ah, nochmal mehr Sicherheitssachen kaufen, Leute. Hier können wir auch mehr Sicherheitssachen kaufen. Für 750.000 Dollar. Oder für eine Million. Äh. Und ich würde einfach mal sagen, ich nehme das Geld auf jeden Fall jetzt mal schnell mit. Wir kriegen jetzt sogar gerade 11.900 Dollar pro Sekunde. Durch unsere Bankarbeiter kriegen wir nochmal mehr Geld. Das heißt, oh, wir können nochmal, warte mal, wir können nochmal, oh, eine zweite Etage, Freunde. Yo. Oh, okay, warte mal, wir haben jetzt hier eine zweite Etage. Dann lassen wir uns nochmal hier den Convilla kaufen. So. Das heißt, wieder so ein Fließband. Und das wird jetzt gleich von oben da runter fallen, oder was? Leute, okay. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut, was wir jetzt hier haben. Ähm. So, wir können jetzt hier für unsere Arbeiter, können wir nochmal gleich hier, äh, so ein Fenster hinzufügen. Dass die nochmal so ein bisschen besser geschützt sind. Weil unsere Arbeiter, Leute. Höchste Priorität, die sie hier an den Tag bringen. Oh, wir können jetzt hier, oh, Leute, wir können nochmal Diamanten, warte mal, wir können Diamantenmine oder so eine Tafite-Mine machen. Oder so, Leute, warte mal, ganz kurz. Hier nochmal kurz ein bisschen Geld mitnehmen. Ey, hier liegt einfach Geld rum. Jetzt können wir, glaube ich, hier oben, ja, wir können jetzt hier oben anscheinend so eine heftige Mine noch hinbauen, die uns nochmal viel, viel mehr Geld bringen. Äh, dann lassen wir uns nochmal ein bisschen Geld sparen und, äh, genau das machen. Nebenher habe ich jetzt schon mal unsere Laser aktiviert, weil jetzt haben wir schon ein bisschen viel Geld jetzt immer am Start. Ich will ja immer ein bisschen vorsichtig sein, Freunde. Jetzt haben wir auch hier 600.000 Dollar und ich glaube, wir können jetzt hier oben, genau, wir können jetzt einmal die Plutonium-Mine kaufen. Das heißt, hier kommt jetzt so Plutonium raus und ich glaube, das wird auch dann, muss man ganz kurz schauen. Hier, das ist das Plutonium, alter Schwede. Wie viel Geld wird uns denn das bitte schon bringen, wenn das hier runterfällt, so. Sind wir auf dem Fließband, Freunde, und jetzt bin ich hier, oh nein, jetzt bin ich hier runtergefallen, das wollte ich gar nicht. Äh, lassen wir mal ganz kurz hier das Geld holen und schauen, wie viel Geld wird es durch Plutonium bekommen. Ich glaube, Leute, Plutonium wird uns hier 1.600 Dollar pro Sekunde geben. Also, das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja ganz schön viel Dollar wieder, die wir pro Sekunde bekommen. Und dann lassen wir hier für 450.000 die Tafite-Mine kaufen. Uiuiui, Freunde, also hier diese Tafite-Mine. Was kommt da jetzt ungefähr raus? Was ist das für ein Block, Leute? Ja, ach, sowas Lidernes, okay. Das heißt, das würde jetzt auch nochmal ganz schön viel Geld bringen. Also, Infrastruktur, so wie wir jetzt schon mal, sehr gut gelegt. Das nächste wäre natürlich dann die Diamanten-Mine. Äh, die wäre dann auf jeden Fall auch... Wow! Wow! Warte mal! Habt ihr das auch gerade gehört, Leute? Hier wurde, glaube ich, gerade irgendwo geschossen oder so. Vielleicht sollten wir doch lieber ein bisschen mehr investieren in die Sicherheit. Oder vielleicht ein bisschen, dass wir hier nochmal ein paar mehr Wände haben. Weil von hier, also von der Seite aus kann man auf jeden Fall doch... Wow! Ey, was geht hier ab, Leute? Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Also, wir müssen hier irgendwie die Tür zubekommen. Hier vorne wieder ein bisschen mehr Geld nehmen. Jetzt haben wir hier gerade 200.000 Dollar. Jetzt haben wir hier 900.000. Dann lassen wir nochmal ganz kurz hier, so, die Miene kaufen. Also, dass wir ungefähr Ahnung von der Miene haben. Und dann nochmal ein bisschen mehr Geld mitnehmen. Und dann vorne mal für unsere Mitarbeiter ein Fenster kaufen. Weil ich glaube, ohne dieses Fenster sind die nicht wirklich gut gesichert. Hier, Leute. Ich kaufe jetzt hier ein Fenster. So, jetzt können wir auch mit euch ganz normal reden, ganz entspannen. Also, ihr werdet auf jeden Fall uns ein bisschen mehr Geld jetzt einbringen. Und ihr seid jetzt auch hier in Sicherheit. Ähm, hier können wir jetzt auch auf jeden Fall nochmal hier so eine Straße hinbauen. Der ist halt... Oh, Leute. Ihr habt auf jeden Fall irgendwo geschossen. Also, der hat anscheinend ganz schön viel Geld. Äh, das gefällt mir jetzt nicht so besonders gut. Äh, ja. Äh, lassen wir nochmal hier die mal ein bisschen mehr Geld jetzt hier nehmen. Wir können jetzt auch nochmal einen Geldtisch kaufen. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Geldtisch sparen sollten. Aber, ey, hier wird auf jeden Fall die ganze Zeit gerade geschossen. Ich will mal wissen, was der Geldtisch bringt, Freunde. Jetzt haben wir eine Million. Jetzt kaufe ich mir so einen, zack, so einen Geldtisch. Und ich glaube, bringt er uns irgendwie noch mehr Geld? Ne, er bringt uns gar nicht mehr Geld. Es war einfach nur optisch. Ja, moin. Ey, Leute. Er bringt uns einfach gar nicht mehr Geld. Also, es war gerade irgendwie absolut nur für die Deko. Also, diesen Investment-Screen für 8 Millionen werde ich mir auf jeden Fall erstmal nicht kaufen. Aber ich werde mir auf jeden Fall gleich mal hier oben die Mine kaufen. Und vielleicht noch ein paar mehr sichere Sachen hier. Zum Beispiel, dass wir nochmal so ein paar Fallen haben. Oder nochmal sichere Türen. Damit die Leute ja auch nicht rein können. Weil ich glaube, da vorne ist halt einfach noch zu. So, hier. Mal ein bisschen Geld jetzt mitnehmen. Hier wird nämlich die ganze Zeit überall irgendwo geschossen. Und ich weiß nicht, warum, Leute. Ich sehe da vorne auch keinen. Ich höre es einfach nur. Okay, die Diamantmine kostet 900.000 Dollar. Aber, ja, so viel Geld habe ich leider noch nicht. Wir laufen hoch, hoch, hoch zu der Diamantmine. Ja, 900.000 Dollar hat die gekostet. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, Diamantenblöcke, die hier runterkommen, oder? Sollten hier irgendwie so ein bisschen bläulich sein. Und, Leute, ich bin gespannt. Komm, plopp, runter, Diamantmine. Jawohl, Leute. Das ist jetzt hier unsere Diamantenmine. So soll es auch sein. Und jetzt können wir schon anfangen. Jetzt haben wir, glaube ich, alles Mögliche gekauft, was geht. Können wir jetzt hier noch irgendwelche anderen Sachen kaufen? Ne. Es sieht auch nicht danach aus. Also, Infrastruktur ist jetzt, glaube ich, komplett gefüllt. Unser Geld wird es auf jeden Fall heftig sprießen. Hier, die bringen nochmal 1.500 Dollar pro Sekunde. Was sehr gut ist. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall jetzt schon mal 500.000. Lass uns mal ganz kurz rausgehen. Und vorne können wir, glaube ich, doch die Straße kaufen. Dann noch so ein Gehweg und ein paar andere Sachen. Weil so fertig sieht unsere Bank jetzt auch nicht aus. Und ich glaube, es wird auch, glaube ich, sogar hier wieder Tag. So, jetzt hier. Zack, einen kleinen Gehweg. Dann haben wir hier eine Straße bauen. Und jetzt haben wir noch 200.000 Dollar. Ich würde mal sagen, hier nochmal so ein paar, ja, dass die Fahrzeuge nicht reinfahren können. Ah, wir können hier nämlich, Leute, wir können hier eine Einfahrt hinbauen. Ah, okay. Und jetzt können wir hier nochmal zwei Arbeiter hinstellen. So, zack und zack. Und nochmal hier ein paar Fenster hinzufügen. Das heißt, die. Ah, jetzt sind wir auf jeden Fall hier schon mal sicher. Und jetzt können wir hier auch für 400.000 Dollar oben das zumachen. Ah, da können wir auch hier schon wieder die ganzen Wände uns upgraden, Leute. Ach so, okay. Also, lassen wir mal hier kurz gucken, wie viel Geld jetzt nochmal die Arbeiter da vorne bringen. Die Arbeiter bringen uns nochmal 2.500 Dollar pro Sekunde. Was jetzt schon mal sehr, sehr viel Geld jetzt bringt. Und dann können wir hier nochmal ganz kurz erstmal das Dach fertig machen. So, das Dach ist jetzt hier fertig. Und auch mal hier wieder zwei Alarme reinbauen, dass wir ein bisschen sicher sind. Und dann könnten wir hier für 700.000 Dollar die Wände nochmal upgraden, Leute. Uiuiuiui. Das mache ich doch auf jeden Fall jetzt erstmal gerne. So, jetzt hier mal die Wände upgraden für 700.000 Dollar, Freunde. Haben wir jetzt hier mega, mega hohe Wände. Und dann können wir hier schon, ich sehe es gerade schon. Wir können jetzt anfangen, weiter oben zu bauen. Wir haben jetzt hier nämlich einmal, yo, Wände, die kosten eine Million. Oder hier auch nochmal eine Million, die Wände. Was, Leute? Das ist ja mal gerade mega teuer. Und hier vorne können wir auch noch irgendwas kaufen. Für drei Millionen können wir jetzt nochmal eine Wand kaufen, die nochmal erweitert wird. Was? Ob sich die eine Million Wände lohnen, das werden wir jetzt hier. Mal erfahren. So, für eine Million hier eine Wand gekauft. Und also wirklich, dass es jetzt eine Million kostet für so eine Wand, Leute. Ist schon ganz schön heftig. Also, meine Arbeiter sind hier jetzt auf jeden Fall auch im Start. Ich könnte jetzt hier nochmal, ich würde hier nochmal ein Dach kaufen. So, ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser dann für die. Aber sonst, Leute. Hier haben wir noch eine Wand und vorne können wir auch noch was kaufen. Aber das ist doch keine eine Million Wand. Vor allem, wozu soll dann bitteschön diese Wand dann gut sein, Leute? Hier, achso, das ist dann so eine Steinwand oder so. Ach, okay, okay, gut. Also, ja gut, okay, es sieht dann schon mal nicht so schlecht aus. Also, die eine Million hat schon mal ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber sonst, also vorne kann man, glaube ich, nochmal eine erweiterte Wand hinbauen. Ja, genau, man könnte hier nochmal eine externe Wand hinbauen für drei Millionen Dollar. Ich bin jetzt mal gespannt, was die externe Wand für drei Millionen so hinbiegt. Und jetzt haben wir, achso, also sie sieht einfach nur so ein bisschen, ja, so gräulich aus. Oh, hier sind, ah, hier sind auch noch Automaten außen dran. Achso. Guckt euch einfach mal bitte schon das ganze Geld hier an, was wir da machen. Wir schwimmen quasi in Geld. Auch hier dieser Riesenturm. Aber jetzt haben wir hier nochmal, zack, eine Million mehr. Und jetzt haben wir hier jetzt gerade, Leute, 5,3 Millionen Dollar. Und hier oben können wir auf jeden Fall gar nichts mehr kaufen, ist mir aufgefallen. Also, hier ist schon alles gekauft, was wir kaufen können. Aber jetzt können wir noch das Dach kaufen, Leute. Und ich glaube, dann haben wir auch diese Bank fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch ein cooles Dach ist oder relativ langweilig. Und das Dach ist wirklich langweilig, Leute. Also, ohne Spaß. Das Dach hier ist wirklich langweilig. Und das war es auch schon. Also, wir können jetzt hier nicht möglich, äh, nee, wir können jetzt eigentlich gar nichts mehr kaufen, ne? Sollt es auf jeden Fall von dieser Episode gewesen sein, wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Und checkt an zu diesem Mal, wie es ja aus, einfach draufklicken. Und abonniert hier diesen Kanal, für tägliche Roblox-Folgen extra für dich.